Sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüsse Sie zu diesem Pointe Press zum Thema Coronavirus mit Fachleuten des Bundes und der Kantone. Auf dem Podium begrüsse ich Virginie Masche, Nora Kronik und Rudolf Hauri. Frau Masche leitet die Sektion Infektionskontrolle im Bundesamt für Gesundheit, BAG. Botschafterin Kronik ist Vizedirektorin des BAG und leitet dort die Abteilung Internationales. Rudolf Hauri ist Zuger Kantonsarzt und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz. In der ersten Reihe begrüsse ich Pascal Richo und Valerie Danzel. Herr Richo leitet den Leistungsbereich Arbeitsbedingungen im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Frau Danzel, das Ressort Regional- und Raumordnungspolitik ebenfalls im SECO. Der nächste Pointe Press ist vorgesehen für heute in einer Woche, also am Dienstag. Und damit gebe ich das Wort an Frau Masche, bitte. Merci beaucoup. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je vais commencer, comme d'habitude, par la situation épidémiologique. On observe ces derniers temps une légère diminution du nombre de casques, qui est plutôt encourageant, mais pas encore rassurant. La situation reste préoccupante. Le nombre de nouvelles infections dans les dernières 24 heures, qui nous ont été déclarés de 2260, le nombre d'hospitalisations 132 et le nombre de décès 75, ce qui reste élevé. Cela avec un nombre de tests de 21 692, dont 8000 tests antigéniques, ce qui fait un taux de positivité d'environ 12% qui tend à diminuer, ce qui nous donne une incidence pour la Suisse à 391 pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours, avec des écarts qui vont de 290 à 633 pour l'ensemble de la Suisse. Dans l'ensemble des régions, on observe cette tendance à la baisse des nouveaux cas, sauf dans la région lémanique, où on tend à voir une stagnation des nouvelles infections. Le taux de reproduction est actuellement à environ 0,8, légèrement à la baisse, mais encore 4 cantons ont un taux de de reproduction à 1 ou plus. Au niveau des soins intensifs, aussi une légère diminution de l'occupation des soins intensifs par des patients Covid. Ils sont maintenant 355 d'après les dernières données, ce qui fait que 48% des lits occupés aux soins intensifs sont occupés par des patients Covid, ce qui est une légère diminution. L'occupation des soins intensifs globalement est de 72%, avec 3 cantons encore qui ont une d'occupation des soins intensifs à plus de 80%. Et donc la réserve aux soins intensifs est d'environ 28%. Donc cette situation nécessite vraiment encore des efforts pour réduire le nombre d'infections, surtout face à la situation des nouveaux variants préoccupants. Ces variants qui ont un avantage évolutif puisqu'ils sont plus contagieux, 50 à 70 fois plus contagieux. Actuellement, on en a répertorié 388 cas au total, dont 243 de la souche d'origine britannique et 13 de la souche d'origine d'Afrique du Sud. Dans les séquençages de surveillance effectuées par les laboratoires universitaires qui séquencent une proportion assez importante de leurs échantillons positifs, on observe une augmentation du pourcentage de positifs. Ce pourcentage a doublé en une semaine. Il est d'environ 4% actuellement, ce qui reflète en fait une situation d'il y a une dizaine de jours et qui laisse supposer qu'actuellement le pourcentage d'échantillons positifs qui concernent ces souches variantes avec un avantage évolutif serait de l'ordre de 10% aujourd'hui, en tout cas pour la souche britannique. Par contre, la souche d'Afrique du Sud reste minoritaire, reste inférieure à 1% des échantillons testés. Le but est donc de diagnostiquer autant que possible ces cas de mutants pour pouvoir prendre rapidement des mesures d'entourage intensifiées pour tâcher de gagner du temps en interrompant au moins 30% des chaînes de transmission. Pour cela, nous avons recommandé aux laboratoires d'utiliser une PCR spécifique de la mutation N501Y qui est dans cette région dans laquelle se trouvent les mutations de ces souches mutantes préoccupantes. Les laboratoires sont donc invités à utiliser ce test PCR de dépistage des variants pour tous les échantillons testés positifs. Actuellement, la capacité est d'environ un tiers, c'est-à-dire environ un tiers des échantillons positifs peuvent être maintenant en Suisse testés à la recherche de cette mutation, ce qui permet d'initier rapidement les mesures d'entourage. En effet, ces derniers temps, on a pu observer aussi en Suisse des flambées assez importantes liées à ce genre de souches. Et donc, il est vraiment nécessaire de réduire à tout prix toutes les transmissions. Réduire les transmissions, réduire le nombre d'infections, c'est aussi un avantage vis-à-vis de la vaccination qui est en cours pour son impact, pour que son impact soit meilleur. C'est vraiment important aussi d'éviter toutes les infections qui peuvent survenir actuellement chez des personnes qui seraient éligibles pour la vaccination. Je rappelle que les buts de la vaccination, c'est de protéger de la maladie. Donc, le vaccin protège de la maladie. Et donc, il s'agit essentiellement de réduire les hospitalisations et les cas graves et les décès chez les personnes vulnérables. On est toujours encore dans la première phase de priorisation où on priorise les personnes de plus de 75 ans, les personnes qui ont une maladie chronique avec un risque élevé de complications de la maladie. Et on vaccine aussi dans les établissements médico-sociaux, en conséquence, y compris le personnel des établissements médico-sociaux. Le but étant donné l'accès à la vaccination à tous ceux qui le nécessitent le plus et le plus rapidement possible en fonction des doses qui nous sont mises à disposition. On a maintenant, donc, depuis la semaine dernière aussi, le vaccin Moderna qui est autorisé et qui, à la suite de quoi, nous avons donc révisé notre matériel d'information, nos recommandations. Et donc, la campagne d'information suit son cours et nous recommandons toujours d'aller s'informer sur notre site Internet, car nous mettons régulièrement à jour nos informations, nos questions-réponses. Et ça vaut la peine de toujours se tenir informé. Donc, ce vaccin est nouveau, mais il est largement évalué, puis aussi largement utilisé maintenant dans le monde à plusieurs millions de doses. Et donc, la surveillance des effets indésirables continue. Les événements de de santé inhabituelles qui surviennent après une vaccination doivent être déclarés aux autorités, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elles sont dues au vaccin, mais les autorités les examinent attentivement. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas mis en évidence d'effets désirables graves inattendus qui n'auraient pas été déjà mis en évidence dans les études. Sur ce, je passe la parole à Nora Chronique pour nous parler de l'approvisionnement et de la situation en termes de nombre de personnes vaccinées. Merci, guten Tag. Bezüglich Stand der Lieferungen, eine Information, und zwar die Konsequenzen von den Produktionsengpässe und Lieferengpässe von Pfizer-BioNTech, die die Schweiz auch betreffen. Die Lieferung, die gestern in die Schweiz eingetroffen ist, wurde gekürzt. Wir haben aber Zusicherungen, dass wir weiterhin im ersten Quartal die Mengen bekommen werden, die nicht nur gekauft sind, sondern auch so vorgesehen ist. Der Rengpässe geht offensichtlich zurück auf die Schliessung einer kleinen Produktionslinie, um die gesamte Volumen erhöhen zu können, vonseites des Unternehmens. Und wir arbeiten natürlich jetzt täglich daran, um zu schauen, dass diese Lieferungen weiterhin zügig und rechtzeitig in die Schweiz kommen und sind natürlich in Kontakt mit den Kantonen um allfälligen Fragen sich dazu stellen, zu klären. Die zweite Information ist ein Update zu den Zahlen von den Verimpfungen. Wir haben bis gestern Abend rund 110'000 Verimpfungen in der Schweiz durchgeführt. Wir sind jetzt daran, das eng anzuschauen und anzugehen und das ganz eng koordiniert mit den Kantonen vorzubereiten, damit wir dann mit klaren und definitiven offiziellen Zahlen auch zu den Kantonen kommunizieren werden. Das ist uns ein grosses Anliegen, dass wir da gut zusammenarbeiten. Ich erinnere, dass die Kantone zuständig sind für die Verimpfung und wir in der ganzen Kette jetzt immer wieder sehr eng zusammengearbeitet haben und wir eigentlich bis jetzt erste positive Rückmeldungen haben und natürlich auch Schwierigkeiten, die sich stellen, wo wir immer gemeinsam sofort anschauen, wie wir das lösen können, damit das so schnell wie möglich und auch so gut und so effizient wie möglich über die Böne gehen kann. Danke. Vielen Dank. Herr Hauri. Die Impfungen dieser, wie wir es gehört haben, beispiellosen Kampagne laufen ja bekanntlich nach dem dezentralen Prinzip in den Kantonen. Sie werden also gesamtschweizerisch nicht aus einer Hand organisiert. Zentral vorgegeben sind die Zuteilung der Impfdosen, wir haben es gehört, die Basislogistik und die Impfstrategie. Dadurch wurde es den Kantonen ermöglicht, je nach Struktur und Größe und Geografie eine zweckmäßige Organisation aufzubauen und zu betreiben, um die vorgegebenen Packungseinheiten der angelieferten Impfdosen, sind ja keine Einzelpackungen, effizient einzusetzen. Das bedeutet, dass mit mobilen Impfkippen ebenso begonnen werden konnte wie mit stationären Impfzentren und sogar an einzelnen Orten mit Arztpraxen, wobei die Logistik unterschiedliche Anforderungen stellt. Der Ausbau der Kapazitäten ist in Städten um vollen Gang. Jeden Tag werden sie deutlich erhöht. Innerhalb der nächsten Woche dürfte sich das Niveau der Verimpfungen zwischen den einzelnen Kantonen in etwa angleichen. Um ihre Planungen nun tatsächlich umsetzen zu können, sind alle Kantone zwingend auf die ihnen zugeteilten und in Aussicht gestellten Kontingente angewiesen, wobei es vor allem Flexibilität braucht. So hat zum Beispiel der Kanton Zug bei gut 127.000 Einwohnern bisher einige tausend Impfdosen erhalten. Man kann dabei wellenförmig möglichst schnell allen Impfstoff einsetzen und verimpfen und dann auf das nächste Kontingent warten oder ausgeglichen impfen und den Impfstoff so einsetzen, dass er bis zur nächsten Lieferung reicht. Zeitimpfungen sind jeweils kalkulatorisch zu berücksichtigen. Eine generelle dynamische oder wechselnde Zuteilung an die Kantone ist bisher nicht vorgesehen und führt zu Unwägbarkeiten in der Planung und in der Umsetzung. Sie kann später allenfalls in Frage kommen und zielführend sein, wenn es tatsächlich nicht eingeplante Impfstoffreserven in einem Kanton gibt oder wenn Kantone mit dem gleichen System sich gegenseitig aushelfen. Ein Wettbewerb zwischen den Kantonen ist nicht angesagt. Vielmehr ist solidarisch das Ziel der Impfstrategie, nicht aus den Augen zu verlieren. Primär einen guten Schutz aller besonders gefährdeten Personen, etwas später der Bevölkerung schweizweit aufzubauen und das hat bei derzeit begrenzt erhältlichen Impfstoffen. Eile mit wohlbedachter Weile fortritt den besonders gefährdeten Personen und dem betreuenden Gesundheitspersonal mit späterem Übergang zur Impfung aller Impfwilligen. Damit erhalten wir einen deutlichen Lichtblick in Richtung Frühjahr und Sommer. Ich komme noch zu den Mutanten, wir haben es auch bereits von Frau Massere gehört. Nach den überzeugend dargelegten Erkenntnissen der Wissenschaftstaskforce ist ohne Gegenmassnahmen mit einer schnell steigenden Verbreitung bedeutender mutanter Formen des Virus, wie aus Großbritannien, Südafrika oder Brasilien zu rechnen. Tatsächlich stellen wir diese Ausbreitungstendenz aus unserer Tätigkeit in den Kantonen leider bereits heute deutlich fest. Es mussten und müssen nun schon immer schneller und immer grössere Quarantänen auch in Bezug auf Schulklassen und Schulen angeordnet werden. Damit drängen sich unter anderem die Fragen nach wiederholten, ausgedehnten Massentests auf und generell einer Anpassung der Teststrategie. Wir müssen durchhalten. Wir alle sind sehr gefordert. Wie es geht, zeigen die vergangenen Festtage eindrücklich. Einen großen Dank an die Bevölkerung. Die Festtage haben offensichtlich dank dem Einhalten der Massnahmen durch den großen Teil der Bevölkerung nicht zum befürchteten Anstieg der Virusaktivität geführt. Auf keinen Fall dürfen wir das mühsam und mit erheblichen Einschränkungen für alle und auch für viele Branchen nun endlich wieder erreichte, die sinkenden Fallzahlen und die sich damit verbunden abzeichnende Entspannung in den Spitälern und in den Todesfällen erneut aufs Spiel setzen. Es gilt jetzt umso mehr, konsequent bei den Lehren aus dem vergangenen Oktober zu bleiben, als sich viele noch beim Anstieg der Virusaktivität in aus heutiger Sicht irrtümlicher Sicherheit wähnten. Frühjahr und Sommer stehen schon bald einmal vor der Tür. Es hängt jetzt von Ihnen, von uns allen ab, mit welchen Freiheiten oder Einschränkungen wir die beiden genießen können. Vielen Dank. Sie haben nun die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wer möchte die erste Frage stellen? Frau Degott. J'ai une petite question, Madame Konik, par rapport au chiffre de la vaccination. Vous nous dites donc ce chiffre de 110 000 personnes vaccinées. Combien de cantons sont concernés? Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus sur le détail de ces chiffres? Tous les cantons vaccinent? C'est encore un chiffre pour nous assez temporaire. Pourquoi? Parce qu'on travaille vraiment, comme l'a dit aussi le docteur Aury, sur une vue d'ensemble qui nous donne suffisamment de temps aussi de vaccination. Je rappelle qu'on a fonctionné en deux phases, vraiment des vaccinations ponctuelles à partir du 23 décembre jusqu'au 4 janvier, quand on a procédé au lancement national des vaccinations et puis ensuite vraiment une augmentation permanente de ces chiffres là. On se rend compte encore dans les détails qu'on a, que c'est très important pour nous, comme ça a été dit, de travailler dans une bonne entente avec les cantons et donc de clarifier chacune des situations pour être sûr que les données qu'on a tiennent la route. Et c'est pour ça que ça nous prendra encore quelques jours pour pouvoir donner des détails plus précis. Si je peux juste me permettre de vous relancer. Donc, si j'ai bien compris, vous n'avez pas de chiffres plus précis parce que vous devez clarifier les chiffres que vous recevez des cantons. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement? Ça veut dire que les premiers retours qu'on a sont des retours qui sont annoncés et qu'on est en train de regarder avec les cantons pour être sûr que les retours qu'on a reçus sont solides. C'est pour ça qu'on parle pour l'instant d'approximation. Comme ça a été dit, il faut un déploiement. Il faut que la vaccination ait lieu, il faut que les chiffres reviennent. Et puis, c'est sur ces dimensions-là qu'on est en train de travailler pour avoir vraiment des données solides et précises. Monsieur Clémence. Merci, Madame. Je me permets de rebondir à mon tour sur ce que vient de dire ma collègue. Jeudi passé dans cette salle, vous aviez promis pour aujourd'hui les chiffres demandés. Or, c'est la seule possibilité à chiffrer, de savoir pourquoi certains cantons sont accusés de retard par rapport à d'autres. Or, vous persistez à ne pas donner de chiffres détaillés. Qu'est-ce que vous avez à cacher? On travaille, comme je viens de le dire, sur une vue d'ensemble aussi précise que possible. Et je pense qu'il faut être bien conscient, vu ce départ en étape de la mise en place qui est nécessaire et puis aussi de l'augmentation qui suit son cours. C'est pour nous pas tellement intéressant, disons, de communiquer des chiffres qui ne sont pas encore entièrement accordés. Et c'est très important pour nous, au moment où on le fait, justement, pouvoir le faire de manière sérieuse pour éviter toute question ou toute impression qui pourrait être faussée sur des divergences entre les cantons. Donc là, excusez-moi, vous ne nous aidez pas vraiment à ne pas poser ces questions dérangeantes? Je vous donne les indications dont je dispose et qui sont des indications qui sont confirmées dans ce sens-là. Et puis, nous travaillons à, effectivement, avoir plus de détails pour pouvoir répondre à vos questions de manière étayée. Didier Côtela, RTS. Toujours sur la vaccination. Donc, c'est 110 000 doses qui ont été administrées. Ça concerne tous les cantons. Vous avez reçu les chiffres de tous les cantons ou il y a des cantons qui n'ont pas encore donné aucun chiffre? Nous avons des retours de tous les cantons, mais des retours qui sont en partie étapés. C'est bien la raison pour laquelle on est en train de regarder pour avoir des chiffres détaillés qui sont solides et qui tiennent compte de l'ensemble de la période. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et vielleicht gerade daran anschliessant noch eine Frage an alle, die vorne sitzen. Es gibt die Forderung nach Tests bei Einreise, besonders auch bei Flugreisen. Was ist von solchen Forderungen zu halten? Je vous donne gerne zuerst Antwort. Die Überarbeitung der Teststrategie kann wie folgt aussehen. Bis jetzt machen wir ja Tests bei symptomatischen Personen und weniger oder nur in ganz umschriebenen Situationen, beispielsweise bei Ausbrüchen, bei asymptomatischen. Es ist sicher angezeigt, jetzt diese Strategie zu überdenken und anzupassen und eben die Tests sehr breit einzusetzen, auch bei asymptomatischen. Also sind solche Überlegungen momentan jetzt, werden die momentan gemacht? Wird so etwas vorbereitet, Tests an Flughäfen? Wird so? 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 Ich muss auch nochmal nachfragen zur Publikation der kantonalen Impfzahlen. Wird das dann einfach in den nächsten Tagen aufgeschaltet auf der BAG-Seite oder kommunizieren Sie das erst am voraussichtlich nächsten Point de Presse? Wie es vorher gesagt wurde, ich will mich nicht noch einmal zu einem Datum äußern, aber wir sind im Kontakt mit den Kantonen. Es gibt auch noch Sitzungen, die vorgesehen sind mit der GEDK und wir werden das, so schnell wir das zusammen angeschaut haben, dann entsprechend publizieren. Herr Washington. Ich habe auch eine Frage zu den Impfungen. Sie haben gesagt, Herr Hauri, ein Wettbewerb zwischen den Kantonen sei nicht angebracht. Aber das Trödelkantone, also sagen Sie damit, dass Trödelkantone nicht bestraft werden sollen? Oder was ist die Aussage genau? Ich weiß nicht, was ein Trödelkanton ist. Wir haben verschiedene Vorgehensweisen in den Kantonen. Es gibt Kantone, die mit Zentren begonnen haben. Es gibt Kantone, die mit mobilen Gippen begonnen haben. Und es gibt auch Kantone, die mit den Ärzten bereits begonnen haben. Und es wird sich zeigen, im Verlauf der nächsten Woche wird sich da eine Angleichung geben. Man muss den Kantonen Zeit geben, ihre Planung, ihre Strategie, wie sie die Impfung machen, umzusetzen. Wenn man ihnen jetzt Impfstoff entzieht, dann können sie ihre Planung eben nicht umsetzen. Und dann werden sie zu Trödelkantonen. Aber das heißt, das ist kein Thema, dass sozusagen jetzt bereits Impfdosen von einem Kanton in einen anderen vielleicht umgeleitet werden? Oder was weiß ich, in zwei, drei Wochen? Das ist schlicht kein Thema. Es gibt unter den Kantonen Gespräche und Kantone können sich selbstverständlich aushelfen. Das kennen wir ja auch sonst. Das gibt es. Aber grundsätzlich ist das im Moment kein übergeordnetes Thema, sondern man muss, wie gesagt, den einzelnen Kantonen Zeit geben, eben ihre Strategie, ihre Vorgehensweise aufzubauen. Ich nehme eine telefonische Anfrage entgegen von Herrn Gänger von Keystone SDA. Herr Gänger, bitte. Vielen Dank. Am Wochenende gab es Bilder aus Skigebieten, wo sehr viele Leute auf einem Fleck zu sehen waren. Eine Frage an Frau Massere und vielleicht an Herrn Hauri. Hat sich die Umsetzung der Schutzempfehlungen bewährt oder ist eine Schliessung von Skigebieten in nächster Zeit aus epidemiologischer Sicht angezeigt? Vielen Dank. – C'est clair que dans les stations de ski, c'est très important que les concepts de protection soient appliqués de manière stricte et on s'attend à ce que les stations de ski qui sont ouvertes respectent toutes les prescriptions de l'ordonnance et puis surtout assurent de contrôler que ces mesures soient appliquées. C'est vrai que c'est une préoccupation si dans ces locaux les règles de protection ne sont pas respectées. Sous-titrage Société Radio-Canada Aber es ist wie immer, es kommt darauf an, wie man sich an einem Schutzkonzept hält. Und das wird sicher ein Thema, die Skigebiete werden sicher zum Thema, wenn die Personen, die die Skigebiete aufsuchen, sich nicht an die Vorgaben halten. Ich nehme nochmals eine telefonische Anfrage entgegen von Herrn Kamartin von RTR. Herr Kamartin, bitte. Vielen Dank. Ich schließe hier gerade an, also der Ruf nach Schließungen der Skigebiete wird wieder laut nach den Ereignissen in St. Moritz und in Wengen. Wie groß schätzen Sie den Effekt einer Schließung dieser Skigebiete ein, also auch positiv oder auch negativ, und vielleicht auch im Vergleich mit möglichen Schulschließungen, die auch ein Thema sind? Vielen Dank. Es gibt ein Potenzial der Propagation. Es ist wirklich, wie Herr Auri sagt, ein Domain, wo man sehr attentiv ist. Und wenn es notwendig ist, müssen die Kantons die Autorisation der Öffnung der Skigebiete von der Skigebiete retten, weil die Entscheidung immer noch an ihnen. Herr Schumach. Wenn wir uns jetzt an die erste Welle zurückerinnern, damals hatten wir auch sehr strenge Maßnahmen. Heute haben wir wieder ähnlich strenge Maßnahmen, aber damals auch noch Grenzschließungen. Heute haben wir keine solche Grenzschließungen. Beispielsweise Tessin fordert jetzt wieder partielle Grenzschließungen. Wäre es jetzt nicht auch gerade mit Blick auf weitere Mutationen, die entstehen, wie beispielsweise in Südamerika, was man hört, sinnvoll, dass man jetzt auch wieder bei der Grenze stärker interveniert? Ja. Das ist die Frage, effectivement, des Besuches mit dem man den man arbeiten. Das ist die Frage, wie man das zu können und wie man es nimmt, in der Falle zu helfen, wie man es geht? Wäre es jetzt die Währung des Währungs mit den neuen Souchen mutanten, im Momenten, im Momenten, im Momenten. Aber sind solche Grenzschließungen wie im Frühling, sind die ein Thema zurzeit? Nein, keine Stärkung der Fronten zwischen den Ländern in Europa. Herrina? Eine Frage zu Frau Kronig. Ich habe gut gehört, dass die Kanton müssen, die Ressorten zu halten, für den zweiten Tour, sagen wir, oder sie müssen sie sofort machen? und was passiert, wenn wir Probleme mit Pfizer haben, ist es, dass die Kanton nicht mehr vaccine für die zweite Mal? Wir haben immer gesagt, dass die Kanton einst an zu nutzen, die Dose zu nutzen. Warum? Weil wir haben das Prinzip, dass die erste Dose bereits protägt und es ist für uns essentiel de pouvoir proteger auch viel die Bevölkerung. Wir haben natürlich die Attitüde in den Kantons zu prämpfen oder zu prämpfen über die Planification über mehrere Wochen, aber auch über mehrere Wochen, in der manche de gering die calendrier des rendezvous, die erste und zweite dose und das ist für uns auch logisch zu lassen, dass es in den Händen des Kantons zu können, dass es mit den verschiedenen compositions geografischen und in diesem Sinne, für uns, es ist wirklich ein Appel zu nutzen die Dose zu verwenden, zu haben, die Latitude zu prämpfen, die Planification am besten, mit der Möglichkeit zu machen, die Räsen für die zweite vaccination wenn es notwendig ist. Über den Impacts des ralentissements des livraisers von Pfizer, ich rappelle das ist ein ralentissement, das ist ein Ralentissement, das ist nicht in eine Situation woher Meine Frage an Herrn Lauri. Sie haben gesagt, es gebe unterschiedliche Vorgehensweisen bei den Kantonen, bei der Verimpfung schnell oder verteilt bis zur nächsten Lieferung. Wäre es nicht angezeigt, dass die Kantone möglichst schnell impfen angesichts des Wettlaufs gegen die Zeit mit den mutierten Varianten? Sie müssen vor allem sicher impfen. Die Geschwindigkeit ist ein Faktor. Der andere Faktor ist eben die Sicherheit und die Nachhaltigkeit. Und man kann beide Wege beschreiten. Man kann möglichst viel Impfstoff verimpfen im Wissen, dass er einen Teilschutz gibt, nicht einen Vollschutz. Oder man kann die Impfung, so wie die Zulassung des Impfstoffs eben ist, mit den beiden Impfstoffdosen eben planen und auch umsetzen. Das ist eine Ansichtssache. Grundsätzlich wird man sich finden, ich habe Ihnen gesagt, im Verlauf der nächsten Woche wird die Verimpfung ähnlich werden bei den Kantonen, sich eben annähern. Das ist ein Anfangsunterschied, der wird sich aber mit der Zeit ausheben. Vor allem, da wir jetzt ja zwei verschiedene Impfstoffe haben und vielleicht einen dritten Impfstoff, wer weiß, die Zulassung auch nicht mehr in allzu ferner Zeit erhält. Das ändert dann das Regime immer wieder. Frau Deikot. Madame Koenig, si j'ai bien compris ce que vous avez dit dans votre présentation, hier vous avez eu la livraison de certaines doses du vaccin Pfizer, mais la livraison moins grande que ce qui était prévu. Est-ce que c'est possible d'avoir des chiffres ? La livraison d'hier est à peu près à la moitié de ce qui était prévu, avec une continuation des livraisons prévues avec des espaces de deux semaines. Et on travaille à ce qu'on aille la deuxième moitié avant la prochaine livraison. Pas encore définitivement confirmée, donc j'aimerais pas le confirmer officiellement, mais on travaille vraiment à avoir une continuation des livraisons qui arrivent pour que ça équilibre les volumes. Donc on garde le même volume sur les trois premiers mois, c'est-à-dire sur le premier trimestre, avec un ralentissement maintenant et puis une augmentation en deuxième temps. Et de la part de l'entreprise, des assurances que le volume du premier trimestre ne connaîtra pas de changement. Combien juste c'était prévu hier ? Le chiffre de ce qui était prévu hier, si je peux. Ce qui était prévu, c'était 126.750. Et puis du coup, c'est la moitié, environ, un tout petit peu plus. Herr Washington. Ich habe eine Frage zu den Tests. Cura Viva hat heute in einem Communiqué gefordert, dass die Bewohner und die Betreuer in den Alters- und in den Pflegeheimen regelmässig präventiv getestet werden sollen und dass der Bund die Kosten übernehmen soll. Würde mich Herr Hauri interessieren, was Sie davon halten und vielleicht, Frau Masserey, ob das ein Thema ist im BAG auf Bundesebene. Zuerst zu den Tests. Selbstverständlich kann das ein Thema sein. Man muss sich die Frage stellen, welche Tests man da anwenden will. Und solange wir die Abstichtests haben, also die Tests durch die Nase, das ist nicht etwas extrem Angenehmes. Und da kann man sich fragen, ob dann Bewohnerinnen oder Bewohner von solchen Institutionen da regelmässig da alle paar Tage hinhalten, um den Abstich machen zu lassen. Also wenn man ihn mal erlebt hat, dann weiß ich nicht, ob das geht. Sobald natürlich andere Tests zur Verfügung stehen, die einfacher gehen, ich spreche da die Speicheltests an, sieht die Situation von der technischen Seite natürlich wesentlich einfacher aus. Aber man kann solche Überlegungen machen und solange Heime eben so betroffen und auch vulnerable sind, solange vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner noch nicht vollständig geschützt sind durch die Impfung, sind das sicher prüfenswert Fragen oder Themen. Danke. Mich würde interessieren, wie viele der positiven Tests mittlerweile auf die Mutanten untersucht werden, ob man das in Zahlen festhalten kann. Ja, das stimmt. Ich weiß, dass ein bestimmte Prozent des tests positifs sind in den Universitäten gesquelt. Das kann sogar bis zu 30 % des Souches gesquelt werden, in den Universitäten gesquelt. Und jetzt, mit dieser Nouvelle-Possibilität, eine PCR-Ciblung auf die mutation in allen Laboratoren, die aktuell ist bei 30 %, etwa ein Teil des Souches gesquelt. Es gibt die Möglichkeit, die PCR-Ciblung auf die PCR-Ciblung zu testen. Aber ich kann nicht sagen, dass die Souches gesquelt werden. Es muss auch wissen, dass man das nur mit einem PCR-Ciblung für eine PCR-Ciblung zu testen. Also, die alle Tests, die durch Test-Rapid sind, nicht ermöglichen, ein Säquenzage oder eine PCR-Ciblung zu testen. Es muss ein neues Prälöme auf den Laboratoren geben, in diesen Situationen, wenn man eine Säquenz hat. Herr Haury, mit einer Ergänzung. Vielen Dank. Ich kann auch keine Prozentzahlen nennen. Ich selbst mache das so, und sicher auch meine Kolleginnen und Kollegen. Wir können solche Säquenzierungen anordnen und machen das auch. Das dauert aber dann eine gewisse Zeit, bis das Resultat vorliegt. Und wir setzen darum, also jetzt wir beispielsweise, setzen darum auf diese neue PCR-Sonden und lassen alle Teste über diese Sonden gehen, also alle PCR-Teste. Wie Herr Masse gesagt hat, nicht Antigen. Das geht nicht mit den Schnelltesten, aber mit den PCR-Testen. Wir lassen alle in solchen Labors bestimmen. Das geht viel schneller. Herr Klemers. Herr Klemers. Herr Klemers. Herr Klemers. Herr Klemers. Herr Klemers. 22,000 Est-ce? In der Schnelltesten? Die Schnelltesten? Er ist interessant. Vier A into. Das ist eine Schnelltesten. In der Schnelltesten? 3,000 Menschen Maria. 0,000 Menschen Maria. Und als ich meineกrafiken kann wiederherst. Das ist die größte. Die größte Däumen? Wenn wir in den Wörtern, kommen. Das ist die Binnen? Das ist die Binnen. Verst du fähn? Das ist die Frage für die Ökrarom? Vielen Dank. Sur les capacités de production, évidemment. Et puis, les questions qui sont encore ouvertes sur les autorisations de mise sur le marché à venir. Et je pense que le chiffre complet d'aujourd'hui démontre quand même assez bien la progression qu'on voit dans l'utilisation, dans la vaccination dans les cantons. Comme je le disais avant, à prendre encore avec prudence, puisqu'on estime que c'est des estimations à ce stade. Et puis, comme l'a dit le docteur Aury, aussi vraiment cette progression qui doit nous mettre en mesure d'utiliser ces volumes sur le mois de janvier, sur le mois de février, avec une progression constante qui va augmenter jusqu'au mois de mai-juin, où on sera là vraiment dans une phase où on n'aura plus la difficulté de la gestion d'une limite dans les capacités de doses produites et donc d'impact sur les doses reçues et administrées, mais la gestion d'un énorme exercice de vaccination qui a encore historiquement été jamais vu pour le système de santé suisse. Et je crois que c'est ça qui est très important maintenant d'accompagner et puis de vraiment poursuivre cette montée en ampleur pendant le mois de janvier, qui est vraiment pour nous le départ, c'est commencer en partie traiter avec des vaccins qu'il faut doser, qu'il faut préparer, toute la prudence qui est de mise dans la gestion de ces dimensions-là, mais finalement, en tout cas, dans l'ordre de grandeur, pour nous, une indication qu'on est en bonne voie et puis qui va nous conduire jusqu'à l'été à vraiment pouvoir accompagner cet exercice. Et je crois que dans ce sens-là, pour moi, le plus important depuis des mois, mais à ce stade particulièrement, c'est vraiment de travailler extrêmement étroitement entre Confédération et Canton, main dans la main, pour justement accompagner cette montée en ampleur et puis tout de suite résoudre tous les défis et tous les problèmes qui peuvent se poser, qui étaient des fois en partie des problèmes auxquels on ne pensait peut-être même pas, et qu'il faut résoudre pour s'assurer que cette progression peut se faire du mieux possible et le plus rapidement possible, mais aussi avec le plus de sécurité possible. Les responsabilités sont clairement définies dans la loi sur les épidémies. Quelle est la responsabilité des cantons ? Quelle est la responsabilité de la Confédération ? Donc, on travaille ensemble avec chacun ses responsabilités. Herr Schumach. Je vais vous présenter sur le ma question de la question de la vérification sur les tests et les préventifs. Pourquoi stacer le bunde doit justement pas pour les préventifs, par exemple en ramassade, dans le cas d'altern, il y a beaucoup de personnes éventuées, et vous avez simplement une læoureuse de la vérification des tests à la défaite pour les tests, quand est-à-dire une récissimo à de cela pour se'térer ? Et est-à-dire préventif-à-dire des tests à la vérification ? Pourquoi on ne paye pas actuellement les tests préventifs ? C'est parce qu'on a disons que comment dire les tests préventifs sont faits au bon vouloir de chacun, c'est chacun qui décide s'il veut se faire tester ou non en dehors de la présence de symptômes et donc ce serait difficilement contrôlable quels sont les tests qu'on doit payer ou non, qui doit payer quels tests donc les tests préventifs sont essentiellement de la responsabilité de l'entreprise qui les met en oeuvre ça fait partie des concepts de protection qui font partie des responsabilités des entreprises en principe donc en principe c'est la responsabilité de l'établissement médico-social de payer ces tests s'il souhaite mettre en oeuvre ces tests mais on se rend compte que c'est très important d'encourager des tests préventifs là où ils font du sens et donc on est en train d'élaborer justement une stratégie qui met en évidence quelles sont les situations dans lesquelles c'est justifié ça fait du sens de faire des tests préventifs et de voir dans quelle mesure dans quelle situation la Confédération devrait prendre en charge les tests évidemment par exemple si quelqu'un veut voyager qu'il a besoin d'un test négatif pour partir à l'étranger pourquoi ce serait la Suisse pourquoi ce serait la Confédération qui paye par exemple c'est un test préventif mais qui a un intérêt individuel qui correspond à la volonté de l'individu mais on a de plus en plus d'expériences maintenant aussi de l'utilité de ces tests préventifs dans quelles situations ils sont utiles etc. donc ça entre en ligne de compte effectivement que la Confédération les prenne en charge ou bien qu'on doit décider lesquels on prendrait en charge et c'est prochainement que ça va être ça va pouvoir être communiqué je ne peux pas vous donner de date exact mais je ne sais pas si nos collègues du SECO veulent dire quelque chose sur le droit du travail mais on ne peut pas obliger non plus l'employé de se soumettre à ces tests régulièrement voilà ça pose la question à quel rythme il faut faire ces tests quelle liberté on laisse aux gens de faire ces tests etc. mais c'est vrai que ça a un effet préventif qui a été démontré et qui peut faire du sens des Ergänzungen vous êtes un seco Bindtech, kommt es zu Verspätungen oder zu Verzögerungen bei den Impfungen? Ist das richtig? Das war eine Frage, weil das ist die Forderung von Cura Viva, dass der Bund diese Tests für Pflege- und Altersheime gratis zur Verfügung stehen soll. Und das gratis ist ja unabhängig davon, dass man die Leute zwingt, sondern man kann einfach sagen, dort ist es auch gratis. La pertinence de prendre en charge ces Tests aussi à la Confédération, de même qu'on prend en charge les Tests pour les personnes symptomatiques. C'est en discussion. Bezüglich Impfungen und Erwartungen. Unsere Erwartung ist einfach, dass es gut läuft und dass wir entsprechend verimpfen und das verimpfen, was wir haben. Natürlich mit einer gewissen Perspektive. Die tägliche Perspektive in so Dimensionen ist nicht nur schwierig zu steuern, sondern macht auch nicht wirklich Sinn. Also für uns ist eigentlich die Erwartung, dass wir bei jedem Monat wirklich auch so verimpfen können, wie wir eigentlich die Volumen bekommen. Bezüglich BioNTech Pfizer, es ist eine Verlangsamung, es ist nicht ein Stopp. Und bis jetzt konnten wir mit den Kantonen die Planungen so anschauen, dass es in dem Sinne nicht zu einem Stopp oder zu einer anderen Terminierung kommen sollte, auch weil wir einfach jetzt diese Woche die Hälfte bekommen haben, aber es sollte dann eigentlich nächste Woche nachkommen, immer noch mit Rückhalt zu geniessen, weil wir ja in dem Sinne von dem Unternehmen auch gut hören müssen, was für sie machbar ist. Und wir gehen nicht davon aus, dass es in dem Sinne diese Planung in dem Sinne von den Volumen pro Monat ändern wird. Schwankungen kann es immer geben. Wir haben dann auch Überlappungen von einem Monat auf den anderen, aber wir haben weiterhin genau die gleiche Volumenplanung für das erste Quartal. Herr Forster. Eine Frage an Frau Massere, bezüglich diesem, es gab offenbar einige Pannen in einigen Kantonen zur Anmeldung der Impfung, dass die Plattform wird vom Bund zur Verfügung gestellt. Können Sie sagen, ist die Panne behoben oder wie lange wird das dauern? Ja, wir haben das Effectivement, c'est un logiciel qui est assez nouveau, qui est en train d'un système informatique qui est assez nouveau, qui est mis en place dans les cantons. Le rôle de la Confédération est un rôle de coordination dans l'acquisition de l'outil. Et donc, nous avons suivi justement ce qui s'est passé et a effectivement eu des petites pannes. Mais à notre connaissance, actuellement, ça a été réparé, ça a été résolu, ce problème. Ce sont des problèmes que l'on rencontre classiquement au début de la mise en œuvre d'un outil informatique, malheureusement. Je m'ai à la première question de M. Gengher de Keystone SDA. M. Gengher, s'il vous plaît. Merci. Je m'ai une question à M. Richo du SECO. Dès qu'on a une Home-Office-Pflicht. Comment et peut-on les autres employeurs, qui deviennent toujours en place pour le travail, en industrie et le handwerk, surtout en plus, en plus, en plus, en plus ? Wurden dir Anpassungen vorgenommen an Schutzkonzepten, Empfehlungen angepasst etc.? Können Sie da etwas dazu sagen? Ja, danke für die Frage. Nein, es gibt keine zusätzlichen Massnahmen, die vorgesehen sind. Es geht darum, die bestehenden Massnahmen streng umzusetzen und dort geht es in die Richtung, die schon bekannt ist. Herr Schumacher. Ich hätte noch zwei Fragen zu den Schulen. Zuerst zu den überobligatorischen Schulen. Da gibt es jetzt Forderungen von den Schülern auch, dass man die schließen sollte, weil da doch sehr viele Leute in einem jugendlichen Alter auf engem Raum zusammen sind. Ab wann würde das für Sie Sinn ergeben? Und dann zu den obligatorischen Schulen. Der Kanton Basel-Land hat heute bekannt gegeben, dass Sie an den Schulen bereits ab zehn Jahren die Maskenpflicht einführen. Bis jetzt hat es immer geheißen, das wird nicht so viel Sinn ergeben, da kleinere Kinder nicht die Treiber der Pandemie sind. Gibt es da jetzt vielleicht ein gewisses Umdenken und würden Sie eine Maskenpflicht auch für Kinder ab zehn Jahren oder sogar unter zehn Jahren befürworten? Ich weiß nicht, ich kann es beginnen. Und dann, Herr Haoui. Es ist wahr, dass, dass, bis jetzt bis jetzt, die Transmission in den schädlichen Schulen in den schädlichen Schulen haben, wir haben immer versucht, zu den kontrollieren, in identifizieren die Personen contagieuse, in die Menschen in quarantäne, die Menschen in quarantäne sind, und in einer wirkliche attitude adaptée zu der Situation. Et c'est pour cette raison qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens préfèrent que les écoles restent ouvertes en enseignement présentiel et qu'on s'assure de bien prendre toutes les mesures préventives possibles avant d'en arriver à un enseignement à distance. Donc c'est la perspective et c'est sur l'expérience de ces derniers mois qu'on fait ce choix. Mais évidemment, quand on observe toujours la situation, et si avec les nouveaux variants, on verrait plus de transmission, plus de contagiosité, plus de difficulté à contrôler les transmissions dans les écoles, on pourrait évidemment réévaluer notre attitude. Concernant l'obligation des masques, peut-être. Es ist ein klassisches Abwägen, wie Frau Massere gesagt hat, wie weit man mit den Massnahmen wirklich gehen will und was eben dann die Folgen wären, beispielsweise bei der Bildung oder die pädagogischen. Tatsächlich ist es so, dass die jungen Erwachsenen ja vorher schon das gleiche Verhalten gezeigt haben bei der Virusübertragung wie die Erwachsenen. Und bei diesen Mutanten müssen wir ja auch annehmen, dass die Infektiosität oder die Übertragung gesteigert ist. Das ist sicher etwas Prüfenswertes. Die Forderung ist verständlich nach den Schliessungen oder Einschränkungen der obligatorischen Schulen, aber das muss sorgfältig geprüft werden. Und es ist sicher jetzt nicht Zeit, das notfallmässig zu tun. Bei den Masken ist es halt auch so, die Übertragung dieser Virusmutanten scheint, so wie es aussieht, einfacher und schneller zu gehen. Das heisst, die Massnahmen müssen strikte sein. Aber auch hier ist es eine Frage, ob man wirklich dann alle Kinder, alle Primarschüler mit der Maske sich bewegen lassen soll, weil die Maske letztlich auch richtig getragen werden muss und wirklich richtig getragen werden muss, damit sie schützt. Und das ist natürlich bei Kindern, wir sehen das ja auch bei Erwachsenen, dass das nicht immer ganz so einfach ist, wenn man mit der Bahn reist oder sich draussen bewegt, dann sieht man, dass auch die Masken häufig oder immer wieder, sagen wir, nicht ganz korrekt getragen werden. Und das ist bei Kindern natürlich dann noch eher dem Fall nicht, weil sie sie nicht wollen, sondern weil sie vielleicht nicht können oder eben vor allem vergessen, dass sie eine Maske korrekt tragen sollen. Das braucht ein gutes Abwägen. Kommt noch dazu bei Schulklassen, wenn man eine Altersgrenze macht, habe ich zehn Maske tragen, unter zehn nicht. Und es gibt Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Alters in einer Klasse, da müsste man dann der ganzen Klasse sagen, ihr müsst die Maske tragen. Also es gibt dann auch noch ein paar praktische Fragen. Man muss das aber alles prüfen und man muss eben auch Erfahrungen sammeln. Und das ist etwas der Vorteil von unserem System, auch von den Kantonen. Man kann auch in einem Kanton Erfahrungen sammeln, der etwas macht, das man vielleicht eher anschaut und nicht so überzeugt ist oder nicht weiss, ob das wirklich etwas bringt. Und dann macht der Kanton die Erfahrung und dann weiss man doch, es bringt etwas. Also da ist es durchaus auch erwünscht, dass es gewisse Unterschiede mindestens über kürzere Zeit gibt. Aber wenn ich kurz nachhaken darf, das klang jetzt etwas ambivalent in Bezug auf die Masken. Also denken Sie, es ergibt keinen Sinn oder es ergibt Sinn oder es gibt erst ab einem gewissen Altersinn? Können Sie das noch ein bisschen präzisieren? Ja, es ist eben ambivalent. Das ist genauso, weil es verschiedene Punkte gibt. Ich habe Ihnen gesagt, es kann eben, wenn eine Maske getragen wird, aber sie wird nicht richtig getragen, dann nützt sie auch nicht. Und dann lässt man sie gescheiter weg. Ich kann Ihnen nicht ein verbindliches Alter sagen. Bis jetzt sind wir davon ausgegangen, dass Kinder mit zwölf Jahren, dort ist ab zwölf Jahren aufwärts, ist es klar berechtigt, auch epidemiologisch eigentlich klar begründbar, dass sie eine Maske tragen und Kinder darunter nicht. Die Erkenntnis, ob jetzt die Kinder darunter, wenn man das rein wissenschaftlich anschaut, ob es da neue Erkenntnis gibt, dass sie Masken tragen sollen, das ist mir nicht bekannt. Glaube ich, ist auch nicht der Fall. Sonst geht es wirklich darum, abzuschätzen. Jetzt braucht es halt bei diesen Mutanten wahrscheinlich noch zusätzliche Massnahmen, weil sie einfach übertragbarer sind. Und dann stellen sich diese Fragen. Aber es ist eine ambivalente Frage, das ist ganz klar. Le Virus, ich nenne pas l'âge de l'enfant, donc le risque de tomber malade et de transmettre le virus augmente progressivement avec l'âge. Nous, on observe à partir de 12 ans, mais c'est peut-être un peu en dessous de 12 ans. Ce n'est pas une limite stricte l'âge, auquel le virus commence à être plus transmissible ou plus infectieux ou conduire plus souvent à la maladie. Bitte. Noch eine Frage zur Mobilität und dem Reiseverhalten seit der gestrigen Homeoffice-Pflicht. Haben Sie da schon konkretere Zahlen, wie sich das entwickelt hat, die Mobilität der Schweizerinnen und Schweizer? Nein, ich glaube, es ist schon wieder zu haben, dass wir schon wieder auf die Mobilität haben, aber wir werden das zu sehen, insofern. Ich habe das Wort. Désolée, Madame Kronik, de revenir auf die vaccination, aber es gibt etwas, was ich nicht verstehe, die 110.000 doses, die Sie mentionnen sind, das sind die 26 Zahlen, die 26 Zahlen zu haben. Was ist das, was Sie empfehlen, die 26 Zahlen zu geben? Wo ist es das, was Sie koinchen? Und was Sie koinchen? Für uns, es ist wichtig, zu haben eine Kommunikation active und solide. Und der zweiten Punkt, die wichtig ist, ist es, dass wir das wirklich mit der Handen mit den Kantonen machen. Und in diesem Sinne, wir arbeiten jetzt über die ersten Erfahrungen. Ich l'ai gesagt, das sind wirklich die ersten Erfahrungen, die in der ersten Erfahrungen haben, die haben zwischen den 23.12. und den 4.12. mit den vaccinations ponctuellen, die haben wir in place. Und für uns, es ist sehr wichtig, zu haben, zu haben, zu verabschieden, zu verabschieden. Und das ist die Grund, warum wir jetzt arbeiten, zu kommunikieren, eine Stimme generelle, für die ganze Schweiz, mit den Echanges sehr tiefen, mit den Kantonen, um wirklich sicherzustellen, dass wir alle die Daten, die wir befinden müssen, und dann können sie auf den Publiken, in der Lage, solide und insbesondere, conjointe. Aber ist es, dass wir die Kantonen uns zu geben können, weil wir, wenn wir die Kantonen, die wir uns zu hören, haben wir uns zu geben, die wir uns zu beinhalten, und wir uns zu tun, dass wir uns zu geben. Ich will nicht heute noch eine Chance kommen, weil wir uns zu sagen, On a demandé aussi à la population en matière de vaccination, mais je crois que c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler aussi rapidement qu'on peut et ce sera publié Dumont avec la vue d'ensemble général dès que possible. J'ai encore une question à propos des écoles. Est-ce qu'il y a vraiment des signes que le nouveau variant circulerait ou circule dans les écoles et puis quelles seraient les mesures plus strictes à entreprendre si, comme on le sait, il est plus contagieux ? En ce qui concerne les écoles, à ma connaissance, c'est au Tessin qu'il y a eu une flambée dans une école, mais je ne connais pas les détails sur l'âge des enfants, le type de propagation, etc. Donc il faudrait demander au Tessin quelle est leur expérience avec cette flambée du virus mutant de type Grande-Bretagne au Tessin. Ensuite, quelles mesures il faut prendre supplémentaires ? C'est aussi quelque chose qu'on est en train d'évaluer ensemble avec les experts. Ce n'est pas du tout évident. À première vue, c'est les mêmes mesures qui s'appliquent, c'est-à-dire que c'est toujours la distance, la limitation des contacts, l'hygiène des mains, les masques là où c'est possible. Peut-être qu'il faut aussi envisager dans les classes de réduire la densité des enfants, donc en ayant des classes plus grandes ou bien des demi-classes, enfin il y a différentes alternatives qui peuvent être envisagées, qui sont en discussion. Herr Hauri. Gar nichts. Um das Sinn sagen und nicht eine allgemeine Antwort geben. Wir haben heute die Medien informiert, dass wir im Kanton auch zwei Schulklassen haben, in denen je zumindest ein Kind in die Schule geht. Das ist Primarschule, die das Mutantenvirus in sich tragen. Und wir haben den Vorgaben oder Absprachen dem BAG gemessen, nun, was wir sonst nicht machen, die ganzen Klassen in Quarantäne gestellt. Also diese beiden Klassen. Sonst machen wir das nicht. Sonst geht es ja nach der Dreierregel. Und werden die ganzen Klassentesten überprüfen. Also die Massnahmen gehen weiter, als sie sonst im Normalfall beim anderen Virusstamm, wie sie jetzt praktiziert wurden. Herr Clemens. Merci. Question volontäremment naïve. Ist es, dass die Ralentissement der Produktion des Pfizer-Vacin affecte d'autres pays als die Suisse? Ja, das ganze Welt ist interessiert. Wir wissen, dass wir, außerhalb des USA-Unischen, aber auch ohne öffentliche Kommunikation. Aber das ganze Welt ist interessiert. Herr Schumacher. Ich komme auch noch mal auf die Grenzen zurück und die Maßnahmen an den Grenzen. Wenn man jetzt wirklich einfach noch, viele Leute haben sicher noch das Bild von diesem Zaun im Kopf, als das letzte Mal die starken Maßnahmen getroffen wurden. Wie ist es zu erklären oder wie können Sie es den Leuten erklären, dass wir heute nicht Massnahmen an der Grenze treffen? Wir sind ja im Schengen-Raum und haben ja diese Massnahmen zu den Grenzen, auch in dem Sinne in den Schengen-Abmachungen, entsprechend dann mitorganisiert. Und soweit ich das im Moment auf dem Radar habe, sind das nicht Schengen-Diskussionen, die eine gesamte europäische Schliessung vorsehen würden. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, Tourismus-Dimensionen zum Beispiel einzuschränken, aber meines Wissens sind das im Moment nicht Massnahmen, die vorgesehen sind. Ich erinnere mich, wenn wir die Frontieren, in der ersten Vague in der ersten Vague waren, dass wir das erste Mal begonnen haben, dass wir die Krankenhaus-Diskussionen getroffen haben, dass wir uns in den Schengen-Badarien anwesendiensten, dass wir uns in den Schengen-Badarien anwesendiensten, und die Bezügelen sind, die Bezügelen sind, die Bezügelen sind, zu uns auf die Bereiche sind, zu uns, weil wir das so Byekde, die Bezügelen haben, Aber wenn ich jetzt beispielsweise nach Deutschland reisen will, dann muss ich mindestens, dann kann ich das zwar, aber ich muss mindestens einen negativen Test vorweisen. Und eben da haben Sie gesagt, Sie können noch nicht sagen, auf wann da weitere Informationen, wann so etwas in der Schweiz in Kraft kämpfen könnte. Ich kann nicht sagen, es ist der Conseil fédéral, der so etwas kommuniziert. Man hat einfach die Einschränkungen gemacht bei den privaten oder touristischen Grenzüberschreitungen. Und was die Einreisekriterien anbelangt, das ist ja Sache jedes Landes, das dann selber zu entscheiden. Frau Ducotte. Ich habe noch eine Frage über den Schulen. Ist es möglich, auf dem ÖFSP, zu haben, eine Vision, in den verschiedenen Schulen, in den Kantonen? Ist es das, und können Sie uns sagen, was es? Nein, wir haben keine Systeme der Déclaration, die wir wissen, was passiert in den Schulen. Denn die Ein Teil des Conseils fédéral s'est fait vacciner. Est-ce que d'autres personnels politiques, comme des conseillers d'Etat, se sont déjà inscrits sur leurs listes respectives dans les cantons, selon vous ? Je n'ai aucune idée. Pour le Conseil fédéral, on laissera volontiers la chancellerie fédérale prendre position sur le reste de la Suisse. Nous suivons les doses qui arrivent, nous suivons les livraisons de doses, nous travaillons avec les cantons pour le retour sur les vaccinations. Nous n'avons aucune ni intention, ni données sur le nom de personnes qui se seraient fait vacciner ou non. Donc c'est une information dont on ne dispose pas, mais dont nous n'avons pas non plus l'intention de disposer, puisqu'il s'agit de la protection des données personnelles de chacun. Was die Mitglieder des Bundesrats betrifft, dürfen Sie sich gerne an den Bundesratssprecher wenden. Herr Washington. Mais connaissance, il n'y a pas de privilèges, en tout cas, chaque fois qu'on nous pose la question, nous on dit qu'il faut se référer à la stratégie nationale de vaccination et respecter les priorités. Après, c'est les cantons qui mettent en oeuvre les vaccinations, donc c'est eux qui ont la liberté éventuellement de s'écarter de la stratégie ou des recommandations nationales. Mais ce n'est pas prévu. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danken wir für Ihr Interesse. Wir wünschen weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada